Im Zen-Kloster wurden auch psychisch Kranke behandelt. Ein Schüler hörte hinter einer Tür einen Besucher wehklagen. Ach, Yoko, Yoko. Was hat der Mann für ein Problem? fragte er den Zen-Meister. Nun, Yoko war die Frau, die seine Liebe nicht erhört hat, erklärte der Meister. Wenig später, hinter einer anderen Tür, hörte der Schüler wieder die Stimme eines Mannes. Oh, Yoko, Yoko, Yoko. Ist diese Yoko auch sein Problem? fragte der Schüler. Ja, erwiderte der Meister. Ihn hat Yoko erhört und geheiratet. Hey, herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Heute erfährst du von mir, wie Energielevel, Leistungsfähigkeit und deine Ernährung miteinander zusammenhängen. Und du erfährst von mir in zehn einfachen Schritten, wie du deine Verdauung und damit natürlich auch deine Nährstoffaufnahme optimieren kannst. Außerdem möchte ich persönlich mal ein Statement aus ayurvedischer Sicht und natürlich auch aus Burnout Coaching Berlin Sicht abgeben, warum die Ernährungspyramide, die wir alle aus der Schule kennen und die heute immer noch rangezogen wird, um zu erklären, wie eine perfekte Ernährung aussieht, totaler Schwachsinn ist und warum es auch so viele Diäten gibt, die zwar bei einigen Menschen ganz gut funktionieren, bei den meisten aber eigentlich gar nichts bewirken. Am Ende wirst du dir schon denken können, ob wir jetzt wirklich alle Veganer werden müssen oder Vegetarier oder Fruthaner oder was auch immer. Wichtig für dich zu wissen, diese Folge knüpft ganz engmaschig an die Folge 2 aus der dritten Staffel an. Denn dort hast du herausgefunden, welche Körpertyp du bist und was dich individuell ausmacht. Und heute werden wir dieses Wissen auch ein bisschen dazu benutzen, um herauszufinden, worauf du individuell in deiner Ernährung achten kannst, um deine Verdauung effektiver zu gestalten und um einfach so viel Kraft, wie es geht, aus deinem Essen zu ziehen. Also steigen wir ein mit 10 ganz allgemeinen Schritten, mit denen jeder seine Verdauung ein bisschen optimieren kann. Erster Schritt Setze auf frische und unverarbeitete Lebensmittel. Die sind immer besser. Vor allem für die Verdauung, da Chemie den Körper stark irritiert. Die meisten Zusatzstoffe im Essen sind Chemikalien. Und ja, wenn dein Körper irritiert ist, so oder so, und vor allem beim Verdauen, dann kostet dich das mehr Energie, als dass es dir Energie bringt. Und im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass deine Verdauung eher verschlechtert wird und dass du dir mit diesem Essen mehr Schaden zufügst, als dass du da wirklich Kraft draus ziehen kannst. Das habe ich schon genauer in Staffel 3, Folge 7 erklärt. Da ging es vor allem um Chemikalien und was unser Körper so damit macht. Also, Tipp Nummer 1, lieber öfter in der frischen Abteilung vorbeischauen und ganz viel Obst und Gemüse mit nach Hause nehmen, als im Tiefkühlregal, im Fastfood-Restaurant oder Unmengen an Dosenfutter zu essen. Schritt Nummer 2 Schritt Nummer 2 knüpft an, an das, was ich dir gerade empfohlen habe. Denn frisch und unverarbeitetes Essen bedeutet auch, dass es nicht wieder aufgewärmt sein sollte. Wieder aufgewärmtes Essen erhöht AMA. Was AMA ist, hast du in Staffel 3, Folge 3 schon erfahren. Du weißt, dass es die Energiegewinnung in deinem Körper blockiert und dass es tendenziell eher dafür sorgt, dass auch die Verdauung verlangsamt wird und die Aufnahme von Nährstoffen in den Körper nicht mehr so gut erfolgen kann. Also, lieber weniger und frisch kochen, als immer wieder Essen aufzuwärmen. Und das gilt natürlich auch für Tiefkühlkost, weil eben Tiefkühlkost auch oftmals Essen ist, was schon vorgekocht wurde und was du dann, wenn du es auftauchst und nochmal in den Topf wirfst, der im Prinzip auch nur nochmal wieder erwärmst. Schritt Nummer 3 Aus Folge 3 der dritten Staffel und auch aus Folge 10 der dritten Staffel weißt du schon, dass es ja nicht nur wichtig ist, was wir essen, sondern auch, wann wir essen. Du hast ein Verdauungsfeuer oder eine Verdauungskraft. Verdauungsfeuer ist eben das ayurvedische Wort. Und diese Verdauungskraft ist nicht immer gleich. Sie ruht über Nacht. Sie beginnt, sich aufzubauen, wenn die Sonne kommt und aufgeht. Sie erreicht ihr höchstes Power-Level, also da, wo du am besten verdauen kannst, wenn auch die Sonne ihren Höchststand erreicht, also so mittags, 12, 13 Uhr. Das ist dann also auch die beste Zeit für die schwereren, aber auch für die besonders nährstoffreichen Nahrungsmittel. Und sie wird dann wieder schwächer, nachdem sie ihren Höchststand erreicht hat und geht im Prinzip mit der Sonne. Damit du eben dich nach diesem Verdauungsfeuer richten kannst, deine Nährstoffe optimal aufgenommen werden, damit du aber auch zum Beispiel einen ruhigen und erholsamen Schlaf haben kannst, komme ich jetzt zu Punkt Nummer 4. Isst niemals vor 8 Uhr morgens. Es sei denn, du bist Schichtarbeiter, dann ist das hier eine Regel, die wahrscheinlich eher schwierig für dich zu befolgen sein wird, vor 8 Uhr morgens nichts essen. Rohes, also rohes Gemüse, rohes Obst und so, isst am besten mittags, genauso wie besonders schwere Sachen wie Fleisch- oder Milchprodukte. Mittags sollte immer deine größte Mahlzeit sein, denn dann ist das Verdauungsfeuer am stärksten. Und genauso wie du vor 8 Uhr morgens nichts essen solltest, weil das Verdauungsfeuer noch zu schwach ist, so solltest du auch ab 18 Uhr deinem Verdauungsfeuer oder deinem Verdauungssystem eine Pause gönnen, damit es sich über Nacht erholen und ein paar Sachen aufräumen kann, die vielleicht noch liegen geblieben sind. Und die sonst, wenn es das eben nicht kann, dafür sorgen, dass deinem Verdauungsfeuer wieder geschwächt wird und du dich voll und irgendwie nicht besonders wohl fühlst. Wenn du deinem Verdauungsfeuer entgegenkommen willst und dafür sorgen willst, dass dein Verdauungssystem fit und gesund bleibt, dann ist es empfehlenswert, morgens und vor allem abends Suppe zu essen. Denn dafür braucht der Körper nicht so viel Energie. Naja, und Suppen? Suppen kann man schon auch aus sehr gesunden Sachen machen. Da ich selber persönlich ein großer Suppen-Fan bin, also ein Suppen-Kasper sozusagen, bezieht sich auch mein fünfter Schritt auf das Thema Suppe. Denn wer pro Woche einen Suppentag einlegt, der entlastet sein System und unterstützt die Selbstreinigung, was wiederum dazu führt, dass die Verdauungskraft erhalten bleibt und dass der Körper eben auch ein bisschen besser gewappnet ist, wenn es um Krankheitsabwehr und solche Sachen geht. Denn dann hat der mal einen Tag pro Woche zum Verschnaufen. Ja, so wie du das brauchst und dein Geist, braucht es auch der Körper ab und zu und profitiert davon. Tipp Nummer 6 Ganz sensibles Thema Zucker Ich persönlich bin ja ein Zuckerliebhaber. Ich stehe total auf Süßigkeiten und ich sündige sehr gerne. Ich bin allerdings dazu übergegangen, vollwertigen Zucker zu nutzen. Den gibt es in manchen Superwerken, den gibt es auch in manchen Drogerien. Den gibt es auf jeden Fall in Bioläden oder in Reformhäusern. Und er unterscheidet sich nicht an seiner Herkunft. Er kommt genauso aus dem Zuckerrohr, wie auch unser normaler weißer Zucker. Aber er ist halt nicht raffiniert und er ist auch nicht gekocht. Er schmeckt auch genauso wie Zucker. Also man schmeckt keinen Unterschied oder so. Er ist jetzt nicht weniger süß oder irgendwas. Aber er ist halt ein bisschen mehr in seiner natürlichen Form. Und das bedeutet, er enthält halt zumindest noch ein paar Mineralstoffe und Vitamine. Und naja, wenn man schon nascht, finde ich, dann macht das auf jeden Fall das Gewissen ein bisschen leichter. Denn so führt man dem Körper zumindest noch ein bisschen was Gutes zu, wo weißer Zucker einfach nur verklebt. Da kann der Körper einfach gar nichts mehr rausziehen. Das ist so denaturiert, dass es halt einfach nur dick macht und den Körper zutiefst irritiert. Und wo wir gerade bei Zucker sind, Achtung, Falle, Getränke. Ich treffe so oft Menschen, die viel zu viel Feuer im Körper haben, Entzündungsprozesse etc. Und sich das nicht erklären können, weil sie ihre Ernährung umgestellt haben und weil sie ja so gesund essen. Aber sie trinken den ganzen Tag irgendwelche Säfte und Limonaden, denen halt Zucker unendlich zugesetzt ist. Und also ich sage mal, wenn du davon ausgehst, dass du von von zuckerhaltigem Essen dick wirst, dann stimmt das auf jeden Fall. Aber zuckerhaltige Getränke sind einfach wie so eine Zuckerinfusion. Das ist noch so viel schneller vom Körper aufzunehmen, als wenn du festes Essen mit Zucker isst. Es schädigt deine Organe, es schädigt einfach alles. Vorsicht mit Getränken. Also, mein Tipp Nummer 6. Zucker, wenn es geht, in seiner vollwertigen Form benutzen und vor allem ein Auge haben darauf, was du den ganzen Tag so trinkst. Siebtens. Ein weiterer, weit verbreiteter Ernährungsfauxpas ist Salz. Salz ist fast überall drin. Wir brauchen das zum Würzen und die meisten Lebensmittel und Gerichte schmecken einfach total fad ohne Salz. Wichtig auf dem Schirm zu haben in Sachen Salz ist, dass Salz, egal welches Salz, auch immer Wasser anzieht. Also man sagt, das Wasser im Körper geht dahin, wo das Salz ist. Und während Salz einerseits sehr wichtig ist für unseren Elektrolytehaushalt, führt zu viel Salz zu großen Irritationen im Körper. Und es kann auch dazu führen, dass dein Körper Wasser einbehält und du deswegen einfach ein, zwei Kilo mehr auf die Waage bringst, ohne dir dessen bewusst zu sein, dass das gar kein Fett ist, sondern einfach nur Flüssigkeit, die im Gewebe festgehalten wird, weil das Salz das eben so vorgegeben hat. Grundsätzlich ist es also empfehlenswert, ein bisschen auf den Salzgehalt zu achten. Wenn du normal kochst und dein Essen salzt, hast du eigentlich fast nichts zu befürchten. In Tiefkühlprodukten, generell in verarbeiteten Lebensmitteln, vor allem in Fastfood und auch in Sodosenessen, ist viel, viel, viel zu viel Salz drin. Und meistens auch nicht das Beste. Denn Salz ist nicht gleich Salz. Dringend abraten würde ich immer von diesen ganz, ganz billigen Salzen, die dann auch noch jodiert sind. Und wenn du da auf die Inhaltsstoffe guckst, dann findest du dort mindestens Trennmittel, wenn nicht sogar noch andere Sachen. Salz ist ein Naturprodukt. Und Trennmittel sowie irgendwelche Stoffe, damit es halt ganz weiß aussieht, sind völlig unnötig und einfach Gift für deinen Körper. Ich empfehle dir, entweder Himalaya-Salz zu verwenden, das ist so leicht rosa, oder aber mehr Salz. Egal, wofür du dich entscheidest, achte immer darauf, dass es keine Zusatzstoffe wie Trennmittel oder Rieselhilfen enthält und auch kein Jod. den Jod haben wir inzwischen in unseren Lebensmitteln und in anderen Dingen, die wir jeden Tag benutzen und zu uns nehmen, genug. Und deswegen ist es einfach unnötig, das auch noch dem Salz zuzufügen und das mit dem Salz aufzunehmen. Tipp Nummer 8 Wenn du sicher sein willst, dass dein Körper seine Verdauungskraft zu 100% ausschöpft, dann schneide ca. 30 Minuten, bevor du deine Mahlzeit essen willst, ein Stück Ingwer ab, so groß wie ein Fingernagel vielleicht, entferne die Schale, kau das ein bisschen und schluck das runter. Ist super eklig, ich musste mich auch erst dran gewöhnen, ich mache es inzwischen so, ich kau das ganz schnell und halte die Luft an und dann trinke ich einen Schluck Wasser und schluck das halt runter. Denn Ingwer bringt die Verdauung so richtig in Schwung und sorgt dafür, dass eben alle Enzyme und eben auch genug Magensäure am Start ist, wenn du dann eine halbe Stunde später deine Mahlzeit zu dir nimmst. Tipp Nummer 9 Ich weiß von vielen Menschen, dass sie sehr hektisch essen, weil sie keine Zeit haben, besonders in der Mittagspause und dass sie sich häufig vollgestopft fühlen, weil sie einfach schneller essen müssen, als ihr Körper das Signal senden kann, dass er genug im Magen hat und erst mal mit Verdauern beschäftigt ist und naja. Dann sitzen sie stundenlang später noch im Büro und halten sich den Bauch und können eigentlich auch gar nicht so richtig arbeiten, weil der Körper die ganze Energie abzieht und in die Verdauung steckt, um irgendwie dieses Völlegefühl wieder loszuwerden. Ich kenne auch sehr, sehr viele Menschen, die so erschöpft sind nach einem langen Arbeitstag und so wenig Freizeit haben, dass sie versuchen, diese Freizeit zu optimieren, indem sie ihr Essen direkt vom Fernseher einnehmen. Es fühlt sich entspannt an, aber auch hier ist es so, dass der Körper nicht schnell genug sein Sättigungssignal schicken kann. Diese beiden Essensstrategien, sag ich mal, haben einen riesigen Nachteil. Erstens, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Übergewicht kommt, wenn du regelmäßig so isst, ist ziemlich hoch. Zweitens, die Verdauung kann wieder nicht optimal stattfinden, denn die ideale Füllmenge unseres Magens, nachdem wir gegessen haben, sollte folgendermaßen aussehen. Im Magen sollten sich zu einem Drittel Essen befinden, zu einem Drittel Wasser und ein Drittel sollte leerer Platz bleiben, damit, der Magen ist ja ein Muskel, alles gut durch mischt und weitergeleitet werden kann zur Verdauung in den Darm. Das ist eine ziemlich bekannte Zweidrittelregel, die in Indien und im Ayurveda eigentlich jeder kennt. Wenn man sich daran hält, dann kommt es eben auch nicht mehr zu diesen unangenehmen Völlegefühlen. Die Nährstoffe werden optimal aufgenommen und, falls du jemand bist, der eine Tendenz hat zum Übergewicht oder zum schnellen Zunehmen, bis du auch erleben, dass das definitiv gedrosselt wird. Denn das entspricht auch ungefähr dem Level, in dem unser natürliches Sättigungsgefühl eintreten sollte, wenn unser Magen zu einem Drittel mit Essen und zu einem Drittel mit Flüssigkeit, die wir zu diesem Essen konsumiert haben, gefüllt ist. Und jetzt sind wir schon wieder bei meinem zehnten und letzten Tipp angekommen. Wenn du deine Mahlzeit gegessen hast, egal ob morgens oder mittags oder abends, und auf dich wartet noch ein leckeres Dessert, dann warte zumindest eine Stunde, bis du dieses Dessert isst. Denn Süßes sorgt dafür, dass die Verdauungshitze oder die Verdauungskraft oder die Verdauungsenergie, je nachdem, wie du das nennen möchtest, gebremst und gedrosselt wird. Das ist die Information, die dein Körper und dein Verdauungssystem bekommen, wenn du dein Dessert isst. fahr runter und komm zur Ruhe. Das ist aber nicht der Effekt, den du haben willst. Wenn du gerade gegessen hast, dann willst du ja, dass dein Verdauungsfeuer oder deine Verdauungskraft auch vor hochtouren arbeitet. Und deswegen, wie gesagt, einfach ein Stündchen warten und dann zuschlagen. Das waren meine 10 Tipps, die du auf jeden Fall, egal was für ein Typ du bist, nutzen kannst, um deine Verdauung und die Aufnahme von Nährstoffen zu optimieren beziehungsweise um Dinge aus deiner Ernährung bewusst auszusortieren oder öfter darauf zu verzichten, die deine Verdauung bremsen und die dir eventuell auch eher noch Energie rauben, als dass sie dir Energie geben, wofür das Essen eigentlich da ist. Und jetzt komme ich dazu, warum es so viele Diäten gibt, die für wenige Menschen ganz gut und für die meisten Menschen nicht funktionieren und warum es so ein Quatsch ist, dass wir diese Ernährungspyramide als den absoluten Richtwert für unsere Ernährung in der Schule beigebracht bekommen haben und falls du in der letzten Staffel die ersten zwei Folgen gehört hast, erfährst du jetzt auch noch ein bisschen, was speziell für deinen Typ besonders gut ist oder was du besonders beachten kannst, um so viel wie möglich aus deinem Essen rauszuholen. In unserer Zeit gibt es meiner Meinung nach ein riesiges Problem, was die Ernährung angeht. Es wird, naja, wie auch häufig an anderen Stellen in unserem Lebensalltag davon ausgegangen, dass jeder Mensch gleich ist und jeder Tag gleich ist und dass deswegen für alle allgemeingültige Regeln gelten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich bin ziemlich offen. Ich kann das gut tolerieren, wenn Leute Fleisch essen oder wenn Leute Vegetarier sind oder Veganer oder Futaner oder weiß der Geier, was es noch alles gibt. Ich kenne kaum jemanden, der nicht irgendwas in seiner Ernährung heutzutage 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 speziell anders macht als andere Leute. Ernährung ist schon ein Riesenthema. Aber ich kenne leider auch viel zu viele Leute, die einfach so extremistisch sind, die komplett auf Zucker verzichten und dann alles verteufeln, was mit Zucker zu tun hat und sich gar nichts mehr gönnen. Ich kenne Leute, die absolute Vegetarier sind und da eben auch sehr sehr rigoros sind, Veganer und so weiter und so fort. Und leider kenne ich auch viel zu viele Leute, die sich für eine bestimmte Ernährungsform entschieden haben und dann aber auch die ganze Welt unbedingt dazu bekehren wollen. Und jedes Mal, wenn du irgendwas isst, dann anfangen dir zu erklären, warum das jetzt schlecht ist, warum du das nicht tun solltest und so weiter und so fort. Naja, ich bin kein Freund von Extremismus, ich bin auch kein Freund von Gleichmacherei und ich glaube, dass so Extremismus und Gleichmacherei immer dazu führen müssen, dass wir falsche Schlüsse ziehen. Denn wer extremistisch ist oder alles gleich machen will, der wird immer gezwungen sein, sich nur auf einzelne Punkte zu fokussieren, die seine Argumentation unterstützen und ihm Recht geben. So zum Beispiel. Brot? Nein, danke. Es war einfach nicht mehr länger zu verheimlichen. Die gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen von Brotkonsum legen den dringenden Entschluss nahe, Brot in die Liste der kontrollierten Substanzen aufzunehmen. Hier das Fazit einer Studie über das gefährliche Backwerk. Mehr als 98 Prozent aller Inhaftierten sind Brotkonsumenten. Die Hälfte aller Kinder, die in Haushalten aufwachsen, in denen Brotkonsum stattfindet, liegen bei standardisierten Intelligenztests unter dem Durchschnitt. Im 18. Jahrhundert, als Brot noch in den Haushalten gebacken wurde, war die durchschnittliche Lebenserwartung geringer als 50 Jahre. Die Sterblichkeitsrate bei Kindern war inakzeptabel hoch. Viele Frauen starben im Kinderbett. Seuchen wie Tuberkulose, Grippe und Cholera terrorisierten ganze Nationen. Mehr als 90 Prozent aller gewalttätigen Verbrechen geschehen innerhalb von 24 Stunden nach dem Konsum von Brot. Brot wird aus einer Substanz hergestellt, die Teig genannt wird. Es ist bewiesen, dass eine Maus schon an einem Pfund Teig ersticken kann. Der durchschnittliche Deutsche isst jeden Monat mehr Brot als diese Menge. Brot macht nachweislich abhängig. Menschen, denen Brot entzogen wird und die nur Wasser bekommen, betteln spätestens schon nach zwei Tagen um Brot. Brot könnte also auch eine Einstiegsdroge sein. Brot absorbiert Wasser. Da der menschliche Körper zu 90% aus Wasser besteht, kann Brot den Körper in eine dicke, wabbelige Masse verwandeln. Es wird bei einer Temperatur von über 200 Grad Celsius gebacken. Diese Temperatur tötet einen erwachsenen Menschen innerhalb von einer Minute. Die meisten Brot Konsumenten sind nicht in der Lage, zwischen wissenschaftlichen Fakten und statistischen Manipulationen unterscheiden zu können. Daher fordern wir kein Verkauf von Brot an Jugendliche, nationale Brot Nein Danke Kampagnen unterstützt durch TV-Spots und Informationsmaterial. Höhere Steuern auf Brot, um die brotbedingten gesellschaftlichen Schäden zu regulieren. Keine Werbung für Brot und kein Verkauf von Brot in großen Mengen. Aber Spaß beiseite. Hier kommt der Trick, wie du für dich individuell ein bisschen besser abschätzen kannst, wie viel du wovon wirklich brauchst. Tierische Produkte wie Milch, Eier, Butter, Käse und Fleisch sowie alles, was von Natur aus einen eher süßen Eigengeschmack hat, wie zum Beispiel Bananen, Kartoffeln, Karotten, Weizenprodukte und so weiter, machen den Körper insgesamt ein bisschen langsamer in der Verdauung. Das hat damit zu tun, dass vor allem tierische Produkte im Vergleich zu pflanzlichen Produkten relativ viel Energie benötigen, damit sie verdaut werden können. tierische Produkte sowie alles, was von Natur aus eher süßlich schmeckt, wirkt aufbauend, stärkend und stabilisierend auf deinem Körper, denn es gibt ihm Substanz und auch Gewicht. Es macht den Körper eher ein bisschen schwerer, es macht aber ayurvedisch betrachtet auch den Geist ein bisschen schwerer und ruhiger und ist deswegen für Lufttypen besonders gut geeignet. Obst und vor allem grünes Gemüse hingegen bringen dein Körpersystem in Bewegung. Sie unterstützen das Ausscheiden von Gift und Abfallstoffen, die sich eventuell angesammelt haben und die den Körper vielleicht nur noch belasten, weil er sie eigentlich gar nicht mehr braucht. Wenn Obst und grünes Gemüse das Körpersystem in Bewegung bringen und dafür sorgen, dass eben Stoffe, die nicht mehr gebraucht werden, abgebaut und ausgeschieden werden, dann ist das hier etwas, was vor allem die Erdtypen überwiegend essen sollten. Denn wo der Lufttyp ein bisschen mehr Stabilität und Ruhe und dieses Ausgebremst werden braucht, was eben passiert durch diese Schwere von tierischen Produkten und süßlichen Nahrungsmitteln, da braucht der Erdtyp ein bisschen mehr Schwung in der Bude und das passiert mit rohem Obst und rohem grün Gemüse. Obst und Gemüse sind natürlich auch für Lufttypen und natürlich auch für Feuertypen unverzichtbar und sehr sehr gesund, aber für Lufttypen empfiehlt es sich hier eben doch eher sowohl Obst als auch Gemüse zu dünsten und wenn du jemand bist der einen sehr hohen Luftanteil hat dann kennst du das wahrscheinlich auch dass wenn du sehr viele hohe Sachen isst an einem schlechten Tag dass du super aufgebläht bist danach und vielleicht auch nicht drum rum kommst mehrere Stunden lang einfach ständig pupsen zu müssen aber wie gesagt im Umkehrschluss bedeutet es dass der Erdtyp mit sowas einfach auch bisschen besser in Bewegung kommt sowohl geistig als auch körperlich und vor allem die Verdauungsenergie betreffend regulärer Fleischkonsum ist für Lufttypen oder für Mischtypen mit einem relativ hohen Luftanteil für Menschen die einen enormen Energieverlust haben wie zum Beispiel Bauarbeiter oder Kinder weil die noch so schnell wachsen oder Menschen mit zu niedrigem Gewicht auf jeden Fall zu empfehlen und dann sollte da auch nicht drauf verzichtet werden allerdings ist es hier empfehlenswert eher so ein bis dreimal wöchentlich Fleisch zu essen und am besten zur Mittagszeit weil Fleisch halt wirklich schwierig zu verdauen ist und damit das wirklich genutzt werden kann von unserem Körper und nicht die ganze Verdauung blockiert ist es eben schlau das zu machen wenn die Verdauungskraft bei ihrem höchsten Stand ist was eben der Mittag ist Fleisch ist auch nicht gleich Fleisch also wenn du dir so ein richtig fettes Schweinesteak oder ein Rindersteak gönnst dann hat dein Körper wirklich länger daran zu knabbern Schwein und Rind ist unheimlich schwer zu verdauen deswegen empfiehlt es sich hier öfter auf Fisch oder auf Geflügel zurück zu greifen oder wenn du wirklich ein bisschen was griffigeres oder bissfesteres oder haben willst dann auf Kalb oder Lamm Kalb oder Lamm sind wirklich noch die bessere Alternative wenn es unbedingt nötig ist zu Schwein oder Rind und auch hier gilt immer alles ein bisschen moderat angehen wenn du ein Erdtyp bist und du generell eher die Tendenz hast Gewicht zuzulegen und nicht nicht so schnell loswerden zu können dann kannst du dir trotzdem ab und zu einen Fisch oder ein bisschen Geflügel gönnen nur eben nicht so wie der Lufttyp ein bis drei mal pro woche sondern vielleicht dann doch lieber nur einmal pro woche und ansonsten doch lieber ein bisschen mehr Obst und Gemüse um deinen Körper zu unterstützen das was du vielleicht los werden möchtest zu verbrennen wenn es um tierische Produkte geht sprechen wir nicht nur von Fleisch sondern wir sprechen ja auch über Milch und Käse und sowas das sind zum Beispiel auch Sachen die für den Feuertypen nicht besonders empfehlenswert sind denn vor allem Milchprodukte verschleimen im Körper und genauso wie Zucker und Salz sind Milchprodukte für den Feuertypen sehr irritierend und verwirren den Körper in seiner Verdauung auch eher und im schlimmsten Fall wenn du Feuertyp bist und du also ganz ganz viel Zucker und Salz und Milchprodukte konsumierst kann es halt passieren dass dein Verdauungsfeuer über sein Ziel hinausschießt sag ich mal und ja Verdauungsstörungen bekommst weil du zu viel Magensäure hast weil du plötzlich Durchfall bekommst und so weil deine Verdauung einfach irritiert ist und überschießt das was ich jetzt gerade beschrieben habe was der Feuertyp quasi schon in seiner Natur hat nämlich ein sehr kräftiges und gesundes Verdauungsfeuer was schnell mal überschießt davon haben Luft und Erdtypen in der Regel ein bisschen zu wenig und deswegen ist ein ganz wichtiger Tipp sowohl für Luft als auch Erdtypen immer alles zu würzen vor allem die Dinge die schwerer zu verdauen sind also Fleisch und Milchprodukte für herzhaftes Essen gibt es ja wirklich viele Gewürze aber man kann zum Beispiel auch Joghurt oder Kakao oder sowas ein bisschen Zimt zufügen oder Kurkuma oder 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 das ist ja dann auch eine Geschmackssache aber Zimt zum Beispiel ist ja selbst in unseren Breiten jetzt gar nicht so ungewöhnlich also Grießbrei oder Milchreis zum Beispiel wird ja auch immer mit Zimt serviert ja für die Feuertypen gilt dann eher das Gegenteil wenn du ein Feuertyp bist hast du von Natur aus schon eine ziemlich kräftige Verdauung die ist schnell überreizt wenn du zu viel würzt vor allem wenn du zu scharf ist und auch mit frittiertem essen also allem was so super super ölig ist solltest du eher vorsichtig sein also liebe Luft und Erdtypen immer dran denken würzen 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 das gleiche gilt übrigens auch für rohes Obst und Gemüse grundsätzlich empfiehlt es sich auch gerade rohes Obst und rohes Gemüse wirklich mittags zu essen denn rohes Obst und Gemüse kurbelt zwar die Verdauung an ist aber auch schon anspruchsvoll also der Körper muss schon ein bisschen damit arbeiten bis er das alles fertig aufgespalten und in sich verwertet hat wenn du im Burnout steckst ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch dass dein Verdauungsfeuer gerade nicht so richtig am Start ist und die Energie nicht hat um gleich am frühen Morgen oder am späten Abend noch rohes zu verdauen diese Sachen bleiben dann liegen und entwickeln Bakterien die dann wieder der Darmflora schaden die ja aber eben für dein Immunsystem auch zuständig ist und so weiter also das wird ganz schnell im Teufelskreis deswegen rohes vor allem mittags wo die Verdauungskraft am stärksten ist jetzt wird dir wahrscheinlich auch langsam klar warum die meisten Diäten wie zum Beispiel nur Fleisch essen oder gar kein Fleisch essen und nur noch Solate verzehren und so weiter niemals für alle Menschen gleichermaßen funktionieren können Extremismus und Gleichmacherei lohnen sich einfach nicht genauso wie der Vergleich mit anderen und ich komme jetzt zum Mantra der Woche du bist was du isst hoffentlich ist jetzt auch allen Ernährungsextremisten klar dass es diesen einen veganen oder vegetarischen Ansatz der für alle gilt einfach nicht geben kann und dass es nie darum geht dass keiner mehr Fleisch isst sondern dass es eine kleine Gruppe Menschen gibt die tatsächlich hin und wieder Fleisch essen muss um ihre Substanz überhaupt erhalten zu können und noch was auch die Ernährungspyramide ist völliger Humbug meiner Ansicht nach da jeder individuell verschiedenes mehr oder weniger oder gar nicht braucht zu sagen dass jeder Mensch immer eine gewisse Menge an Milch braucht und immer eine gewisse Menge an Brot und immer eine gewisse Menge an Fleisch und so weiter und so fort das ist total veraltet und es ist einfach nicht zeitgemäß kein Mensch ist gleich und so verhält es sich auch mit der optimalen Ernährung für heute finde ich war das schon echt genug wenn du denkst ach nee für mich war das noch nicht genug wenn du ab und zu kleine Gedichte Artikel Fotos und Zitate haben möchtest von mir die deinen Alltag versüßen dann vernetz dich jetzt mit mir auf Instagram den Link dazu findest du im Beschreibungstext zu dieser Folge Wir sehen uns da und wir hören uns übernächste Woche in der nächsten Folge wieder bis dahin lass es dir schmecken deine Susi вс bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020